Ja, wir sind jetzt im Palastreich, sozusagen, Präsidenten, das alte Gebäude, sozusagen, ist zu anschauen. Das neue natürlich nicht, wo da drin wohnt. Palast vom Präsident, früherer Palast vom Präsidenten, zu sagen. Das ganze Gelände. Raucht der Präsident so ein riesen Geländisch. Das ist ja, ich bin vor dem Präsidenten. Das Ganze ist es so, ich bin vor allem. Die Stadt in dem Jahrzehnten, in der Jahrzehnten, in der Jahrzehnten, in der Jahrzehnte, in der Jahrzehnte, in der Jahrzehnte, Rundfunkien, in der Jahrzehnte. Das ist der Punkt. Ich muss leider nicht den Deutschen. Wie ist der Punkt? Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. So schaut es im Palast aus. Der heute Palast. Es klappt so schön, dass es der alte Palast ist. Vielleicht kann man auch noch ein Stück von dem Gebäude von vorne machen. Ich steiger. Ja, okay? Wir finden daszesst aus. Oh, okay. Das ist der Palast sozusagen. Ja, das ist jetzt der Haupteingang sozusagen vom Präsident vor die Monster. Das ist der Düren. Rekord drückt. Ja, das ist der Speisesaal. 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 Es geht her. Es geht her. ja das ist auch noch vom palast wenn es mich fragt ist es wie ein riesengroßes wohnzimmer hab das natürlich denzer wohnzimmer war weiß ich nicht es steht leider auch außen aber so kommt es mir fast vor weil besprechungsraum konferenzraum war ja das andere also vielleicht finde ich noch irgendwo schild auf jeden fall ist das alles mit so riesen türen gemacht mal gucken ob vielleicht vorne auf dem schild was steht was das ist ja das ist jetzt der innenraum mit der großen kugel vor dem palast schöner kronleuchter das wäre was für mein wohnzimmer das wird ein konferenzraum sein vermute ich mal es wird wahrscheinlich auch außen drauf stehen der präsident es ist schon mal gut dass wir vorne ein bild hin gemacht haben genau das war der offizielle meeting room die bücherei vom palast alles sieht man leider nicht im palast nur so gewisse dinge mich jetzt mal interessiert das badezimmer schlafzimmer und so zeug aber da kommst du scheinbar nicht ran was ich zwar schade finde für den preis auch ein wenig zu sehen